Ich kann schnell bauen und mit einem Lockpack-Stick besser umgehen als ich. Ich kann überhaupt nicht schnell bauen. Jawohl, du kannst aber schneller bauen als ich. Hä, ich setze einfach nur Block an Block, so wie jeder Mensch auch, der nicht gerade tryharder ist. Ja, ich baue aber auch nur ganz normal. Du baust aber trotzdem schneller als ich. Meinst du, das ist gut, wenn ich ganz dringend zur Toilette muss, meinst du, dann streng ich mich mehr an? Dann streng sich bestimmt mehr an, ja. Ja, ich will, das soll ja jetzt taktisch bleiben. Ja, wenn ich mich dann mehr anstrengen, dann bleibe ich natürlich, dann gehe ich jetzt natürlich nicht. Ja, das musst du ja wissen, ob du dich mit einer vollen Blase mehr anstrengst. Ich denke, du strengst dich ja schon mal an. Okay, dann gehen wir. Okay, nein, 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 nein. Ich jetzt doch nicht. Guck mal, das hier ist Rustic da mit den... Ah, stimmt. Mit den Dingern und mit dem Wasser-Ding in der Mitte. Alles klar, ich bin. Ja, Leute, wir versuchen heute mal, eine Runde Bad Wars zu machen, weil ich bin so noobig geworden in ganz Bad Wars Deutschland und auch so, dass ich mir denke, ich brauche mal eine weibliche Unterstützung in meinen Videos. Und zwar habe ich mir jetzt erst überlegt, so soll ich Lisa nehmen? Dann dachte ich mir, ne, nehme ich glaube ich lieber nicht Lisa. Der hat ja schon andere YouTuber für sich eingenommen. Deswegen habe ich Luri dabei heute. Hallo. Wenn ich ein Mädchen dabei habe in meiner Runde, dann bekomme ich mehr Klicks. Und wenn ich Mädchen einen Titel schreibe, auch noch. Deswegen nutze ich dich so ein bisschen aus. Ist okay, oder? Ist okay. Geh dir mal bitte einen Knockback-Stick kaufen, weil die werden uns... Ja gut, du musst mich triezen, du musst sagen, was ich tun muss. Ich habe Bad Wars Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich bin jetzt in der Mitte mit einem Knockback-Stick, ist das richtig? Nee, eigentlich nicht. Du solltest dich eigentlich behalten, um in der Base zu bleiben, aber auch schon. Achso, nee, das wusste ich ja nicht. Aber da ist ein Typ gerade, das ist natürlich... Ich habe mich jetzt gerade auch draufgekommen. Das weiß ich. Kannst dich, wenn du die Mitte im Auge behältst, dass da uns keiner rusht oder so, dann kannst du dich auch zum Eisen bauen. Okay, alles klar, das mache ich dann mal. Ich habe gut, ich bin multitaskingfähig, auch als Mann habe ich überall meine Augen. Ich kann meine Augen auch seitlich verdrehen, weißt du? Also sprich, einfach so ein Auge auf die Dingens halten und das andere Auge... Ein bisschen gruselig, aber okay. Ja, ich bin nur Eule. Das ist halt normal bei uns Eulen, wir können das. Es macht kein... Etwas macht für mich so... Oh, er ist einfach gefallen. Runtergefallen, ja. Ah, nup, 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 ha ha. Nee, ich weiß nicht, Leute. Ich kenne das Gefühl, wenn euch ein Spielmodus so sehr abfuckt, dass man einfach denkt so, nee, ich will einfach nur noch sterben oder so. Es ist ja schön, dass du es trotzdem mit mir spielst. Wir müssen das da oben unbedingt abbauen. Das da oben unbedingt... Okay, ich kümmere mich da oben, okay? Das kann ich gut. Sachen abbauen und anbauen, da bin ich ganz gut drin. Warte, lass mich aber bitte erst da rüber. Ja, alles gut, komm. Aufpassen. Ja, eben. Das... Ich bin unten gelandet. Ja, ich bin auch unten gelandet. Ja, das ist natürlich scheiße. Alles gut. Ach, fuck. Das... Boah, wie ich diesen Spielmodus hasse. Okay, neue Taktik. Einer, ich bleib in der Base stehen, okay? Einfach in der Base stehen und beweg mich nicht. Nein, 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 nein. Nicht? Das ist unser Fehler. Wir haben nie einen... Voll, das müssen wir ändern. Ja, das sagen wir schon mal gut. Unser Fehler ist uns bewusst. Das kann schon mal helfen, vielleicht, für die Zukunft. Das Fehler lernt man hier auch, sprichwörtlich. Einer ist hinter dir, aber sonst ist alles cool. Ich gehe zum Eisen. Ja, man muss aufpassen dann, ne? Beim Einen. Ich schaue immer. Da kommt einer. Ah, gar nicht wahr. Achso, da war das... Okay, das war noch in der Mitte. Boah, guck mal. Sorry. Er wollte. Und wehe, der will mich da jetzt abtreffen. Der Typ, der von der Seite sieht, dass ich da hingehe, zum anderen Betts, und mich dann trotzdem... Natürlich. Muss genau jetzt der Typ respawnen. Aber das war zum Weg. Gibt es auch nicht? Ab ihn, down. Komme ich nach Hause? Nein, ich komme nicht nach Hause. Ja, super. Ist nicht schlimm. Ich habe 60 Gold. Ist nicht schlimm, aber du musst dir denken, die kriegen das auch nicht. Ja, stimmt. Dann lass uns jetzt eine Enderperle und einen Stärketrank machen, komm. Ja, okay. Aber wieso haben wir denn immer noch einen Bogen? Okay, dann nehme ich schon mal den Strank. Ja, ich treffe den ganz gut. Ich... Er hat wieder einen Bogen. Halt auch. Ja, ja, ja. Immer noch, immer noch. Die haben so einen Safe-Bogen, oder wie, vielleicht? Kann das sein? Ich gehe mal ein Stück zurück, während du das machst, ja. Aber was denn, der kommt von unten da an? Weshalb? Hat nicht so viele Herzen. Möchtest du Blöcke noch haben? Ja, möchte ich und ich sterbe. Fuck, es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Also du kannst gerne... Komm jetzt... Lass mich nicht töten, bitte. Wie? Ich habe einen Knockback-Stick. Einen fucking Knockback-Stick. Bekomm doch Knockback-Stick. Es ist doch unfassbar. Und ich fliege unter wegen eines Schwertes. Nee. Es macht mir keinen Spaß. Er ist runtergefallen. Nee, er ist da. Jetzt echt? Ja. Ja, dann muss ich jetzt zu denen gehen. Unser Bett wird weg sein. Ja, ich bekomme ihn auch nicht. Nein, nein, nein. Keine Sorge. So schnell kommt er. Bleib ruhig. Nein. Ich hasse dieses Spiel. Ich bleibe hier nicht ruhig. Das Problem ist einfach, ich weiß nicht warum. In dem Moment, wo der Cupwebs jetzt, regge ich mich mega auf. Weil der einfach in dem Moment cleverer ist als ich. Und das finde ich einfach scheiße dann. Bei jedem anderen Spielmodus wüsste ich, was ich tun kann. Aber bei Bad Wars nicht. Da habe ich keine Ahnung, was ich da denn tun muss. Ja, ja. Und dann ist der auf einmal so schlau und setzt er da Cupweb hin. Weil ich denke, ich kann ihn da mit dem Knockback gleich runterpicken. Aber es geht einfach nicht. Ja, aber das ist doch normal. Ich meine, das würde mir bei Sky Wars genauso gehen. Weil man die Leute einfach, also man kennt ja das Spiel dann nach Ewigkeiten, wie sich Leute verhalten und so. Wenn ihr Bock habt auf ein soziales Experiment mit Dom und mit Lori zusammen, dann sehr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Wir testen in Zukunft dann mal die Skills und sonstige Eigenschaften. Ist ja nicht nur Skills, sondern auch ganz viel geistiges Wissen und geistige Fähigkeit, die man dafür haben muss, um eine Runde zu gewinnen. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht kann man mal versuchen, so ein bisschen das Geschlecht da auch mal wieder aufzuteilen. Und herauszufinden, wer das bessere Geschlecht in Minecraft ist. Also, wie wisst ihr, das ist alles nur ein Prank, ne?